So, okay, jetzt. Oh, hier ist schon der riesige Pilz, ey, das ist so übel. Ja, das ist hier, jeder hat nochmal eine Banane da an dem Pilz drin und, oh, hier. So, ich glaube, der führt einfach nach oben, ne? So, das war schnell mit Donkey Kong. Ja, alles. Eine Münze, die haben dann liegen gelassen, ja, weil ich hab's ja. Jetzt werde ich übermütig, Leute. Er ist abgehoben. Er lässt die Münze einfach da liegen. So, wo ist jetzt nochmal Cranky? Ich glaube, der war aber auch in dem Gebiet hier. Cranky. Oh, da sagt. Okay, so wieder ein Tauschfass. Da ist er, da ist Cranky. Cranky, Mann, ich schüttelst dich Cranky. So. Ich glaube, er hat aber nur den Schalter und keine richtige neue Attacke für irgendjemanden. Du bist zurück, Donkey? Nein, ich hab schon Jackpacky gezockt. So. Dein Glück ist mein Glückstag, Donkey. Keine Ahnung, wie der das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Naja, klar. 71 Münzen, wisst du? Super Primaten-Power, extra Kraftus Primaticus. Das sollte für alle sein. Mal gucken. So, hörst du überhaupt zu, Donkey? Du und deine schäbigen Freunde können jetzt alle blaue Schalt aktivieren. Noch mehr? Mehr gibt's nicht. Okay. Ist doch schon mal schön bei uns scheitern, aber... Aha. So, was haben wir hier? Warum ist hier, bitte? Okay, für Didi ist das so ein... Speed-Fass? Speed-Fass. So, ich glaube, ich mach das auch gleich mal mit Didi. Der kann mal schön nach oben fliegen und dann den Port aktivieren. So, aber schnell noch rumlaufen erstmal. Ach, dieses Bananen einsammeln, ne? Ach, egal, ne? Soll ich weiß nicht, Candy kommen kann sein, dass die uns hier jetzt schon die dritte Melone gibt. Alter, das ganze Geld. So, aber rumgelaufen. Oh, ist da noch was zu? Oh, ist da was zu? Ah, perfekt. Gleich für Lanky. Sehr schön. Da geht's sogar mit Lanky Kong weiter. Ah, warte mal, Lanky braucht hier aber schon noch einen neuen Move. Da muss ich mal kurz gucken. Also, eigentlich Lanky, der braucht hier den Move, dass er, dass er, äh, mega schnell ist. Sonst kann er hier ne Dings ja nicht schaffen. Dann geht er mal gucken zu Cranky. Nein, man, oh man, wenn er so tief ins Wasser fällt, dann ist er immer... Dann macht er immer Hoppla. So, schnell mal kurz gucken. So, Lab. Hat echt... Du bist zurück, Lanky? Warte, ich möchte nicht dein scheiß Spiel spielen. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im... Okay, dann muss ich jetzt zu Level 5 aber Backtracking machen. Wenn ihr Lanky nicht mehr lernt... War das echt so? Wir können Welt 5 nicht komplett machen. Weil hier gibt's ja so ein Rennen gegen so einen Hasen. Dafür muss er den Handstand hier haben, aber mega schnell sein. Jo, Welt 5 muss man Backtracking wegen Lanky. Oh. Toll, Lanky, ey. Machst du alles kaputt. Immer ist Lanky schuld. Die wollen einfach aus Lanky alle dissen. Da, 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 da. Dödup, 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 dödup. Woblahu. So, da war hier einfach der Porter. Ah, nee, hier ist Porter Nummer 4. Oh. 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 Oh je. Jetzt kommt mal, die zweite Attacke. Voll in die Säcke, Alter. Mim, 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 mim. Na, mim, mim, mim. Mann, Lanky, ey. Du bist so cool. Oh, scheiße. Das hat wegen dir die Welt Backtracking müssen. Das heißt, Welt 5 abschießen wird halt ja nichts. Also es gibt Überlänge. Seit über dem... Wasserrenn schafft man aber noch, ne? Ich guck mal. Werd wach, du Arsch! Ja. So, es ist noch kein Fass da. Hey Lanky, ich höre, du bist ein Flickeraffe. Das kannst du mir bei einem milden Lauf auf dieser Strecke hier beweisen. Der als erster zurück ist, der hat was gewonnen. Weil es kann, warte, ich kann jetzt schon schaffen. Ich glaube, du... Ja, du wirst noch schaffbar sein, den... Hey, hallo. Dank ihm. Hey, komm, morgen. Ich würde gern was sehen. Ich würde gern was sehen. Dann kann ich irgendwie schummeln. Das war doof, ey. Wenn Lanky blöd landet, dann bleibt da in der Hocke und verliert seinen Handstand. Alter, der hat den voll umgerannt. Krasser Typ. Mann, nein, Mann, Lanky. Du, 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 du. Toll. Oh Mann, das ist ja selbst für mich zu lahmen. Verschwindet einfach. Ey, das ist ein Geist. Ein neuer Versuch. Er ist tot. Ey, guck mal, er ist tot. Da, die Leiche liegt da und... Nochmal in den Geist. Ey, Leute, das müsst ihr eigentlich schaffen. Ich erinnere mich da, dass er zwei Rennen waren, oder nicht? Es ist mal so blöd, wenn Lanky da immer so in der Hocke bleibt. So. Ich muss ja immer perfekt rüberjumpen. Die dem Typ. Arsch, du, Arsch, du Hase. Tschüss, Mann. Komm, dritt ist der Hase zur Kamera um. Wer schöner als du, Meister Lampe? Haken schlagen, ne, jem. Taps, du, 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 du. Oh, yeah. Gleich habe ich's geschafft. Und der Hase guckt in die Röhre, Mann. Yeah. Oh, beachte ich für einen tapsigen Affen. Mal ganz ehrlich, ich habe es gar nicht richtig versucht. Ja, also bekommst du die Trophäen noch nicht. Momentan bin ich völlig außer Puste. Nimm erstmal diesen Trostpreis. Wir sehen uns später. Ja. Okay. Renn 1 geschafft. Trostpreis. Ich muss da wieder mich mit Geld hier abspeisen. Ist schon klar, ey. So ein Arsch. So, sind hier noch Bananen oder sowas bei ihm hier? Nimm. Dipp, dipp, dup, dup. Und jetzt brauche ich das Speedfass. Genau. Jetzt ist es halt zu spät. Und das lernt wohl Didi, äh, Lanky erst in einer anderen Welt. Deswegen war es das erstmal. So, warte, hier war, oh Gott. Mir fällt ein, hier ist auch noch mal so ein wunderschönes Eulenfangspiel. Also wie bei der Geier in Azteken Arena. Dass ich dann hier durch Ringe fliegen muss. Ich will aber nicht durch Ringe fliegen. Warte mal. Kamera drehen, hab ich den Bananen verpasst? Nee. Düh. Ich will es zwar nicht, aber ich werde es müssen. So, warte, war hier nicht die Bohne zum Einpflanzen? Die lag doch hier irgendwo, ne? Ah, nee, hier haben wir das Fass. Und hier haben wir Jana Störke. Das ist ja so ein einzelnes Fass, egal. Okay. Ein bisschen Bananen. Nimm ich. Und wann soll ich jetzt hier? Wo? So, dann haben wir hier oben jetzt noch eine komische Eule. Die ich erstmal wach machen muss, nicht wahr? So. Hä? Eule? Wo ist die denn? Die Eule ist weg. Ich fliege mal da kurz hoch, wo sie da ist. Aber wie die Blätter hier langfliegen, ist alles so schön. Wo ist denn die Eule? War die irgendwie eingesperrt? Hört ihr mich nicht? Ist die taub? Brauchst du einen ins Maul, oder was? Wo ist die Eule? Die Eule ist tot. Wo ist die Eule tot? Eulen sind nachtaktiv. Ah, ja. Sei gut. Na gut, dann halt mit Tiny Kong. Mal gucken, was sich reißen lässt mit ihr. Was? Die ist tot? Er ist einfach tot. Sie ist... Die Tageseule ist tot. Nur nach Nacht kommt die Nachtuele. So, Tiny geht jetzt schon erstmal in den Termitenbau. Ich glaube, da holt sie die Saat raus, ne? Ich glaube, ja. So, schon die Hälfte ihrer Bananen. So, jetzt ist er jetzt schon mit Squawks. Die Babagei, Alter. Gute Nacht, dann rein, die schlafen gehen. Schlaft schön. So. Wie bei Azteken-Arena muss Squawks uns als kleine Tiny da hochballern. Oh, die. So. Na, dann mal gucken, ob das klappt, so wie ich es mir vorstelle. Yeah. Komm schon, Squawks. Mach ein bisschen hin, ne? So, halt dich fest. Los geht's. Ja, bitte wieder runterlassen, gleich. So, perfekt. Yeah, die Bananen habe ich genommen. So. Oh, oh. Oh, Mann, ich will doch nicht das Instrument zücken, so ein Shit. Oh, ich habe glaube ich schon jetzt gerade die Frucht einsammelt. Was ist ja auch mies, ne? Dass man sie eigentlich so sieht. Ich glaube, ich habe jetzt den Samen eingesammelt. Und der, der wurde aber gerade nicht gezeigt. Toll. Kann man den irgendwo sehen? Kann man den denn irgendwo sehen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Toll. Weißt du, ey, wenn nicht irgendeiner verpasst, der wirst du jetzt gar nicht, dass er jetzt irgendwie die Saatgut hat für das regnerische Fleckchen. Richtig doof. Oh, das muss man sich merken. Naja. Da hat Tanja das Visum machen muss. Oh. Er hat einfach... So. Oder random, hoffen, dass man richtig läuft. Das stimmt. Ach, mein Gott. So. Dann mache ich das gleich mal. So. Na doch, wenn man zum regnerischen Fleckchen geht, ja. Wo ist der gesternicht hin, wenn du denkst, du hast die Neue ja nicht. Du bist da einmal. Du kriegst den Hinweis, oh, hier brauche ich irgendwas zum Einpflanzen. Ja, und dann gehst du so lange nicht mehr dahin, bis du es hast. Wenn du jetzt nicht gemerkt hast, dass man das hat irgendwie. Schau mal, ich habe ein paar Blätter. Komm und hol dir deine Belohnung. Oh, mein Gott. So, hier muss Tanja aber, glaube ich, nicht klein sein, oder? Aber wie der aussieht. Ich glaube, jetzt kommt der Squawks und fliegt mich einfach da hoch. Das ist ein Weg jetzt zu schwer, kann sein. Oder hol einfach die Banane von oben runter. Wir wissen, dass du Bananen tragen kannst. Squawks, holst du die Banane bitte von da oben? Was glaubst du, was ich bin? Vielleicht ein Adler? Du bist mir viel zu schwer, Daini. Hä, du sollst du die Banane fliegt doch nicht mehr. Ja, noch ein Stück. Ja. Squawks, nur noch die Banane einfach mit. Ist es an anderen Stellen von wegen so... Okay, hier ist ein Ulla-Fass. Alter, 100. Ist es an anderen Stellen so... Klar, Mann. Sir Evo, danke für deinen Twitch-Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Warum werde ich hier nicht hier immer verarscht? So, nochmal. Wenn der Essen muss, ich mir erst mal schluck, gönn. Oh, ich hab Durst. Habt einfach nur Dusch, Leute. So. Checkst du dir jetzt? Okay, halt dich fest. Los geht's, Mann. Squawks ist so ein Arsch. Nein, ist er nicht. Er ist Papagei und der ist cool. So. Hat Tiny schon zwei Bananen. Und ich glaube, dass... In dem Gebiet hier war's das auch denn schon, ne? Hier soll es jetzt nichts mehr geben. Nachts kann man da zwar zum Boss und so, aber warum? Oh, das war's hier denn. Ach, ist das schön, dass ich hier nie wieder hinkommen muss. Ach, ja, toll. Ah, nee, warte mal. Die sind jetzt viel größer, oder? Nee, nee, doch nicht. Warum sind die wieder da? Egal. Nee, die, 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 die. Ich bin weg. Oh, Mann. Bam, bam. So. Hm, hm, hm. So, ich mach, glaube ich, jetzt, ich geh mal in den Brunnen mit Chunky. Falls das jetzt schon geht. Oh, Chunky. Der hat ja da sein lustiges Rodelrennen. Oh. Ach, Mann. Hm, düm, 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 bom. Ich glaube, auch mit der verstärkten Stammattacke sollte das funktionieren. Düm, düm. So. So. Ich geh einfach mal hin und guck mal, ob hier irgendwo ein, ich glaube, hier ist sogar irgendwo ein großes Fass in der Nähe. Oben drauf oder so. Ich guck mal. Nein, Chunky. Ach, Chunky. Oh, oh. Toll. Wieso ist hier, wieso ist hier Geld für Lanky? Braucht doch keiner. So. Na dann, Chunky, mach mal deine enormen Massen. Zeig, was du kannst. Alter. Okay, da war auch noch Geld hinter dem Brunnen, aber ist egal. So. Der hat jetzt ähnlich wie Didi auch so ein Game. Alles klar, schnappt ihr 50 Münzen und die Bananen und die Chunky. Benutzt einfach das, um zu beschleunigen, abzubremsen und sich nach links oder rechts zu lehnen. Drücker Arm zu jumpen. Vorsicht vor den Toren und den fallenden Felsbrocken. Da reise. Fallende Felsbrocken. Tschüss, Mann. Wow. Ach, Mann, da ist eine Glocke. So, hier muss man auf die Glocken oben achten. Eigentlich kann man sich echt voll Zeit lassen. Glocke irgendwoher. Nein, Mann, Chunky. Mann, ich springe mal daneben. Was ist das denn? So, die Glocke ist rot. Die Glocke ist grün. So, 50 Münzen, ne? Oh Gott. Wow. Ja, ist klar, wie geht das denn? Egal, die Glocke, die Glocke, die Glocke. Oh, ich bin wieder gesprungen. Dafür fies. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes hier, ne? Ja, Mann, so schnell kann man gar nicht reagieren, wie die da runtergeschossen kommen, ey. Voll verliegen. So ein Horrorland irgendwie. Was ist denn hier los? Oh, come on. Ja, ich muss die Strecke nochmal. Ich muss nochmal, genau. Jetzt wird die Strecke weiß. Es ist zu lange her, Leute. So was First Try ist einfach... Ist einfach nicht mehr drin. Man muss die Strecke erstmal wieder erkennen. 30 Münzen, aber geil. Schade, ey. 15 Münzen, zu wenig. Egal. Gibt leider keinen zweiten Preis, Jumpy. Naja, war so, klar. Let's go. Welcome to bonus stage. Mmm. Mmm. Mmh, mmh, mmh.